Ich könnte mir vorstellen, dass im dritten oder im vierten Quartal beginnend Nebenwerte langsam anfangen wieder zu laufen. Nebenwerte im laufenden Jahr tun sich noch schwer. Ich würde sagen noch. Wir hoffen natürlich schon, dass die Nebenwerte auch wieder etwas stärker in den Fokus rücken. Ob es noch in 2023 passieren wird, ist wie so vieles offen. Aber auf lange Sicht glaube ich schon, dass die Innovationen auch aus dem Bereich der Nebenwerte kommen. Es gibt verschiedene Bereiche. Im Biotech-Bereich merkt man das sehr stark, dass die großen Firmen eben sich an den kleinen bedienen, was Übernahmen angeht. Da spielt der Nebenwertebereich sicher eine größere Rolle. Und auch der deutsche Mittelstand gilt ja durchaus immer noch als hot der Innovation. Und ich glaube schon, dass Nebenwerte ein guter Teil im Portfolio sind. Fragen Sie mich am Ende des Jahres wieder. Nebenwerte braucht man immer. Sie laufen mal besser, mal schlechter. Per Saldo haben Sie in den letzten Jahren immer unter Schwankungen Mehrwert geliefert. Ich habe in meinem Fonds immer mehr Nebenwerte im Portfolio. Allerdings teile ich das Ganze nicht mehr von der Exposure, sondern überlasse es auch den Fondsmanagern, die All-Caps machen, in Nebenwerte verstärkt zu gehen oder eben aus ihnen raus zu gehen. Also aus Performance-Gesichtspunkten ist es eher ein schlechtes oder ein weniger interessantes. Grundsätzlich sind sie erholt gegenüber 2022, aber liegen deutlich hinter der Performance, die man mit großen Werten hätte erzielen können. Aber wir glauben es für Investoren deswegen spannend, Nebenwerte zu investieren, weil man sich jetzt eben ein Portfolio aufbauen kann, das dann in Zukunft eine bessere Performance liefert. Und wahrscheinlich in den nächsten Quartalen deutlich besser performen wird als die großen Aktien. Also das laufende Jahr ist kein Gutes für die Nebenwerte. Es gestaltet sich so, dass Hauptsache die großen Werte laufen. Und ich kann mir auch vorstellen, das wird noch ein paar Wochen oder Monate so weitergehen. Im Moment geht das Geld einfach noch in die großen Werte. Und ich könnte mir vorstellen, dass im dritten oder im vierten Quartal beginnend Nebenwerte langsam anfangen, wieder zu laufen. Ja, viele schauen immer auf die kurzfristigen Zeiträume wie das laufende Jahr. Das ist eigentlich für Investoren nicht so wichtig wie für die, die verkaufen wollen. Also die, die einsteigen wollen, sollten eher gucken, ob etwas günstig ist. Und wenn es dann noch günstiger wird, weil das Jahr zum Beispiel schwierig wird, bei einer Rezession sollten kleinere Unternehmen überdurchschnittlich stark leiden, dann kauft man halt einfach noch günstiger nach. Und von daher kommt es stark auf den Blickwinkel an und wie stark man eine Rezession erwartet. Und weiter runtergehende Kurse wären eben dann noch bessere Kaufgelegenheiten.